Sie haben heute natürlich Riesenglück, wenn Sie nach Kronenberg in den Opel zukommen. Wir stellen heute die sechs Gepardenjungtiere vor, die fünf Wochen alt sind und jetzt mit ihrer Mutter das Außengehege, das man sehr gut einsehen kann, erfahren. Von den sechs Jungtieren sind fünf männlich und eins weiblich. Das sind die ersten Geparden, die in Hessen geboren wurden. Von daher kann man sagen, ein ganz toller Grund zu uns zu kommen. Jeden Tag ist irgendwas Tolles Neues. So wie jetzt ich vorgestern anfing, Fleisch mal zu probieren oder so. Die Entwicklung, jeden Tag entdeckt man irgendwas Tolles Neues, was die jetzt können. Wir warten darauf, dass sie die Bäume für sich entdecken, die ja zum Glück nicht allzu hoch sind, weil das kann dann natürlich auch mal blöder enden, wenn sie hochklettern und einfach schneller runterkommen, als ihnen lieb ist. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020